Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Stancius Traumtor führt Rumänien zum Sieg gegen die Ukraine bei EM 2024. Im gestrigen Spiel zwischen Rumänien und der Ukraine gab es ein spektakuläres Finish, als der rumänische Nationalspieler Nikolai Stanciu eines der schönsten Tore seiner Karriere erzielte. Vor über 30.000 begeisterten Fans im Bukarester Nationalstadion sicherte sich Rumänien den knappen 1-0-Sieg und damit wichtige Punkte in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024. Die Ausgangslage vor dem Spiel. Beide Teams gingen mit hohen Ambitionen in die Partie. Rumänien stand mit 10 Punkten aus 5 Spielen auf dem 2. Platz in Gruppe F, während die Ukraine mit 8 Punkten den 3. Platz belegte. Der Ausgang dieses Spiels war für beide Teams entscheidend, die sich intensiv auf die Qualifikationskampagne vorbereitet hatten. Das Spiel begann mit beiden Mannschaften, die entschlossen waren, die Kontrolle zu übernehmen. Die Ukraine startete stark und hatte mehrere Chancen in der Anfangsphase. Der rumänische Torhüter Florin Nica, einer der Besten des Tages, musste mehrmals eingreifen, um sein Team im Spiel zu halten. Die deutsche Übersetzung des Textes lautet, Die rumänische Abwehr um Kapitän Vlad Cirescesch hat eine starke Leistung gezeigt und verhindert, dass die ukrainischen Angreifer klare Chancen hatten. Es war ein intensives Hin und Her mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Dennoch gelang es beiden Mannschaften nicht, den entscheidenden Durchbruch in der ersten Hälfte zu schaffen. Diese Einwechslungen hätten passender nicht sein können. In der 75. Minute erhielt Stanchu den Ball etwa 25 Meter vom ukrainischen Tor entfernt. Mit einer geschickten Körpertäuschung umspielte er seinen Gegenspieler und zog dann mit dem linken Fuß ab. Der Ball flog in einem perfekten Bogen und schlug unhaltbar im rechten oberen Eck des Tores ein. Die Zuschauer im Stadion und die Fans vor den Fernsehern konnten ihren Augen kaum trauen. Die Reaktionen nach dem Spiel waren überwältigend. Nach dem Tor brachen die jubelnden Rufe aus den rumänischen Fansektoren heraus. Auch die rumänischen Spieler feierten ausgelassen. Trainer Adrian Mutu war nach dem Spiel überglücklich. Das war ein wichtiger Schritt Richtung Qualifikation. Die Mannschaft hat alles gegeben und Stanchus' Tor war einfach phänomenal. Auch Nikolai Stanchu selbst gab nach dem Spiel Interviews und strahlte über beide Ohren. Es ist ein überwältigendes Gefühl, vor heimischer Kulisse ein solches Tor zu erzielen. Das ist für mich ein unvergesslicher Moment. Auf ukrainischer Seite zeigte man sich enttäuscht, aber auch respektvoll. Trainer Andriy Shevchenko gratulierte Rumänien zu einem gut gespielten Match und fand lobende Worte. Ein solches Tor sieht man nicht oft. Wir haben gut gespielt, aber am Ende hat dieses eine Ereignis das Spiel entschieden. Die Zeitung Gazeta Sporturilor titelte Ein Tor für die Ewigkeit. Stanchu führt Rumänien zum Sieg. Auch in sozialen Medien überschlagen sich die Lobeschymnen. Viele Fans hoffen nun, dass Rumänien bei der Europameisterschaft 2024 ähnlich spektakuläre Spiele abliefern kann. Der Blick nach vorn. Für Rumänien stehen noch wichtige Spiele an, aber dieser Sieg gibt der Mannschaft den nötigen Rückenwind, um die Qualifikation erfolgreich abzuschließen. Auch Trainer Adrian Mutu betonte die Wichtigkeit des Teamgeists und der gemeinsamen Anstrengung. Wir haben gezeigt, dass wir als Einheit stark sind. Jetzt gilt es, diesen Schwung mitzunehmen und weiter hart zu arbeiten. Alles in allem war es ein denkwürdiger Abend für den rumänischen Fußball. Ein Spiel, das sowohl aufgrund der Spannung als auch wegen Stanchius unglaublichem Treffer lange in Erinnerung bleiben wird. Autor Anita Farke, Montag, 17. Juni 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.